hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von der trainfever so mein lieben beim letzten mal hatten wir ja das problem erkannt wir haben immer noch ein bisschen öPNV der noch nicht so wirklich funktioniert die streichgüter linie ich komme jetzt irgendwas löschen die gibt es in der form ja nicht mehr die haben wir jetzt durch eine zugstrecke ersetzt aber auch unsere personennahverkehr der hat da doch das ein oder andere problem zum beispiel hier erdweg öPNV macht im moment 42.000 und da würde ich gerne was testen an dieser neuen strecke und zwar hat das der yankee vorgeschlagen er hat meine maps sich ein bisschen angeguckt und hat sich überlegt was würde er anders machen und ich würde vorschlagen wir testen das einfach mal was er vorgeschlagen hat das machen wir auch wie gesagt wieder am laufenden patienten und dazu müssen wir erstmal hier überall wo eine bus haltestelle steht noch eine weitere dazu setzen dadurch springt das auch auf die mitte so dass wir beidseitige bus haltestellen bus häuschen haben sozusagen grundsätzlich hier die linienführung nicht ganz perfekt schon mal ein kleiner unverschämter plug schon mal ich freue mich schon riesig wenn dann in kürze übrigens wir spielen city skylines das wird sicher ein spaß so jetzt haben wir alle alle bus haltestellen verdoppelt und jetzt können wir eine neue strecke hinzufügen und die nennen wir einfach mal na toll erdweg rückwärts wollte ich es nennen muss man erst vorher löschen also normal erdweg denn was ich testen möchte ist wenn wir die fahrzeuge jetzt austauschen dass wir die und das könnten wir schon mal tun dass wir die auf eine andere auf eine andere in die andere richtung fahren lassen so wollte ich sagen so das heißt wir fügen haltestellen hinzu einmal die und dann haben wir auch die leute die sich auf zwei wartegleise aufteilen hier sozusagen wartestellen so dann aber zwei dann haben wir drei vier fünf sechs so am rückweg kann er dann wieder hier lang fahren fährt dann aber genau andersrum wie beim ersten mal so jetzt müssen wir noch die fahrzeuge austauschen und dann mal abwarten ob das hier was gebracht hat mit rechts rum links rum fahren und wir gehen mal auf fahrzeugersatz wählen das ersatzfahrzeug und da sehen wir schon das hier haben wir bis jetzt im moment hier unterwegs und die sind auch glaube ich schon relativ alt ich weiß das jetzt gerade gar nicht ich ziehe es mal hier rüber details zwölf jahre gar nicht mal kostet 30.000 so 36.000 für 15 passagiere wir tauschen die trotzdem mal aus so das heißt wir nehmen wir wählen dieses fahrzeug zum austausch und zwar für alle sagen ja und dann weisen wir aber ein teil davon und zwar genau der hälfte die linie rückwärts zu und ihr seht schon also sind viele viele details jetzt im spiel mittlerweile verbessert worden wo ihr wahrscheinlich früher gesagt hätte mein gott ist das nervig unter anderem natürlich das fahrzeug austauschen dass wir hiermit schon abgeschlossen haben so jetzt haben wir erreicht das gut die glaube dieses teilstück hier von der strecke ist viel zu umfangreich befahren sage ich mal vielleicht hätten wir das hätten wir mal versuchen sollen ob wir das hier dran anbinden können das probieren wir mal weil hier eine kostengünstige bus linie hier rüber ziehen können da scheint schon hier vorne zu scheitern ne ich will jetzt ungern hier die häuser abreißen und das war umsonst aber wir machen es einfach mal ja du hast da mal gewohnt ägerlich tja klappt leider nicht okay dann müssen wir so lassen haben wir jetzt die familie umsonst und sich im haus verscheucht pech gehabt okay also öPNV schauen wir mal weiter was haben wir noch für probleme gut das muss ich jetzt erstmal wieder etablieren vielleicht haben wir auch ein fahrzeug zu viel hier auf der linie das kann auch sein so ganz optimal ist das eh nicht eventuell müssen wir da komplett nochmal ran so dann hatten wir die umbauten auf der strecke güter hochheit da haben wir vor einigen folgen haben wir hier immer modernisiert und so da ist auch der gewinn ziemlich dünn geworden haben wir entweder zu viele fahrzeuge schauen wir mal güter hochheit wartet aber allerdings auch regelmäßig da müssen wir vielleicht mal schauen dass wir hier die straße entsprechend modernisieren wobei bevor wir das machen sollten wir mal schauen ob das beim letzten mal wo wir das gemacht haben nämlich hier linie 4 was gebracht hat und wir sehen das hat richtig was gebracht von 300.000 auf 800.000 hoch also wir werden hier mal eben die straße modernisieren und zwar auf wieder unsere landstraße aber natürlich nur für uns weil der individualverkehr hier der den wollen wir natürlich nicht das wollen wir nicht ne sogar das ist mittlerweile drin sehr sehr schön trotzdem würde ich fast sagen wir machen das mal eben neu nein dann haben wir es wenigstens sauber nein wieso mache ich denn deine busspur hin also keine busspur nochmal so und dann hier wieder das bargneis verbinden oh oh ich hab da so ein paar befürchtungen gerade so kriegen wir das stück auch nochmal schneller habt ihr gesehen und das teilstück auch nochmal schneller die proberleitung hatten wir ja gottse dank an gut und hier vorne das gleiche würde ich sagen auch nochmal das haben wir eigentlich schon wie oft gemacht ne fällt mir gerade mal so auf oha können wir ja auch gleich die brücke neu mitmachen und einen viel schnelleren übergang schaffen für die für den vier käfer express denn mit dem hatten wir ja auch probleme ihr erinnert euch wir hatten da ein deadlock gebaut beziehungsweise wir hatten boah es sieht gut aus wir hatten da ein stück reingebaut wo ist denn die kollision wir hatten da ein stück reingebaut was dazu geführt hatte hm wir hatten das stück da reingebaut beziehungsweise wir hatten zwei beim Bahnhof in Königsberg das so gebaut dass die Sachen dann in die Quere gekommen sind dann mussten immer zwei Züge sich ein Gleis teilen und das war natürlich sehr suboptimal so so schauen wir mal dass wir das jetzt hier hinbekommen es ist ja gerne mal immer zickig wo ist denn hin überhaupt hier ok und der Fluss ist das Problem das heißt wir müssen erstmal hier die Brücke hinbekommen und dann über die Straße und so in dem Teilstück auch 218 möglich sind als Geschwindigkeit doch die Brücke kann sehr zügig befahren werden wie ihr gerade seht prima so jetzt wollen wir mal gucken jetzt haben wir also alles modernisiert hier alles mal durch neue Gleise und so weiter ob jetzt alle Züge noch fahren wollen das ist ja schon mal ein Problem so den schauen wir uns an der fährt gleich über das neue Stück der weigert sich zumindest schon mal nicht und kann hier natürlich jetzt auch durch den Umbau ein bisschen früher Fahrt aufnehmen und am Ende der Folge wollen wir mal schauen ob diese diese Umbauten aus der letzten Folge ob hier was gebracht haben und wie wir sehen auch der Zug setzt sie in Bewegung Verbindung und er setzt sie auch in Bewegung scheint also zu passen trotzdem machen wir noch die Streckenkontrolle komplett denn wir müssen dann auch nochmal schauen aus der Gegenrichtung das auch klappt fahren wir einfach mal eine Runde mit hier weil das ist eine sehr schöne ich finde das hier einen sehr schönen Teilabschnitt hier wir haben einmal hier eine Hochgeschwindigkeit das erste Hochgeschwindigkeitstück mit 120 genauso wie auf der anderen Seite da kommt ein Zug über die Schienen gefahren über die Brücke meine ich und fahren jetzt hier mit ja der damals wirklich schnellsten und besten Strecke also die hat ja wirklich richtig die 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 Butter vom Brot geholt hier die A4 Käfferexpress und da kommt der Kollege auch angefahren na sieh mal einer guck scheint zu funktionieren da kommt der nächste gut was haben wir noch also die Spannung wollte ich aufrechterhalten ob die eine Strecke oh die eine Strecke Gewinn bringt aber wir sehen noch was was ist hier ach das ist der das ist der gute gute Güterzug die erste Güterzug Strecke wo ihr damals gesagt habt Garderol macht doch mal eine Güterstrecke ich schau mal hier 40 Jahre ist der alt 48% und von den Finanzen her ist die Strecke top kann man nicht sagen trotzdem müssen wir den austauschen ähm vor allem da der nicht voll wird wir müssen mal gucken wenn wir hier jetzt zum Beispiel eine andere Lok nehmen wenn wir hier eine andere Lok nehmen die schneller fährt müssen wir mal gucken wie viele Waggons wir da anhängen müssen im Moment ist es halt klar zu viel ne wir bräuchten also quasi und da haben wir ja auch wieder die neue Wagen bekommen da haben wir schön was zu tun für die nächste Folge und die Spannung steigt hat Erdweg sich berappelt durch die Änderungen die wir haben wir müssten hier wenn wir hier einen schnelleren Zug einsetzen wollen aber glaube ich auch noch die Gleise ändern steht da mittlerweile Text dran ne also bei den Gleisen nicht ich glaube da war es 160 mit den alten und äh das Problem sehen wir trotzdem schon bei den Kurven so jetzt schauen wir mal kurz was der sich hier rein tut aha also mehr Holz mehr Holz anhängen und weniger Güter aber das sind ja dieselben Wagen deswegen ist das egal so und der kostet 800.000 im Jahr 585 wäre dann auch auf dem Niveau von der super günstigen Elektro-Lok die wir jetzt schon ein paar Mal eingesetzt haben und ich überlege gerade ob wir dafür die Strecke modernisieren sollten oder nicht tja stellen wir den Zug schon mal zusammen beziehungsweise ne wir müssen ja noch was auflösen und zwar mit einem Blick darauf wie dieser Zug hier in den Bahnhof reinfährt und wo es dann in der nächsten Folge weitergeht hat sich der Umbau in Linich hat er sich gelohnt da hatten wir ja umgebaut dass die Fahrzeuge in beide Richtungen fahren das ist ein Vorschlag von unserem Yankee gewesen und wir schauen mal ob sich das gelohnt hat und da sehen wir ne Erdweg war das ÖPNV und da sehen wir die Taktzeiten haben sich verbessert aber das die gesamte die gesamte Streckenführung die scheint noch nicht so ganz optimal zu sein und deswegen aber Moment hier wurden jetzt auch die neuen Neukäufe drauf gepackt also das was da als Züge neu gekauft wurde das wurde dem hier aufgeschlagen und musste man damit bezahlen tja ähm also in der nächsten Folge der erfolgreichste Güterzug den wir je hatten den werden wir umbauen hoffentlich ist dann immer noch so erfolgreich wie das klappt und ob das klappt das seht ihr dann beim nächsten Mal ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid wenn es wieder heißt Garderole spielt Train Fever also bis zur nächsten Folge macht's gut bis dahin schaltet wieder ein lasst Kommentar, Feedback, Daumen und Abos da bis zum nächsten Mal Tschüss